und damit willkommen zurück bei starship troopers letztes mal sind wir hier den bugs auf die nerven gegangen haben unsere erste kleine station da unten gemacht den behalten konnten haben die zäune alles schon gesichert und nun kommen wir in eine neue mission natürlich sind jetzt mittlerweile rang scout so wollen wir doch mal gucken wo es hin wo es uns denn als nächstes hin führt outpost 29 klingt doch schon sehr vielversprechend und das hier sind die versprochenen warriors das sind glaube ich die jenigen die badlands storms kann throw out navigation systems and spin a ship to hell some troopers are cut off there with the bugs taking an unhealthy interest our boys are holding their own but pretty soon those old prefab walls won't count for anything I want those troopers out but retrieval will take time and a crazy pilot I'm having a hard time giving those troopers either what I can give them is a marauder we'll fire you straight down onto their position hold the walls and buy them some time you'll be updated in the field okay also wir sollen diesen außen posten quasi halten und das könnte doch sehr interessant werden los geht aber erst mal etwas propaganda with the compound bridgehead secure mobile infantry pushers werely into the badlands everywhere there are patrols hunting down arachnids tension is high bugs could be lurking anywhere around the corner behind the ridge one such patrol is approaching a remote fort deep in bug territory outpost 29 und da sind wir schon oh da sind sie schon okay okay die war zu weit ja sehr schön getroffen lasst sie nicht auf die treppen ihr schafft das leute wir sind die fernkämpfer los macht sie kaputt okay bis jetzt klappt sehr schön alles schön alles schön das war aber auch nur eine kleine gruppe we've got to keep our edge gentlemen this place crawl we don't get an evac soon we're all gonna be greasin by gullets you said it sarge marauder fleet won't chance to rescue while the nav beacon is offline the last ship to try crashed on approach it's not all bad news though the ship's inventory lists the power cell in the cargo that solves the problem of the dead beacon looks like they had some automated mine layers on board too they'll help buy you some time until I find a pilot with the right amount of crazy to fly in there find the crash site and retrieve the power cell and mine layers okay hallo hallo wiedersehen hallo das sind die großen hallo 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 ob ihr eine schwierigkeit gegen mich wärt da könnt ihr wieder was kommen oder nein ich warte denn noch hallo komm nicht krieg ich sehr schön alles gut ich dachte du warst tot du warst nicht tot okay ach übrigens dieses dieses komische piepsen was jetzt kam habe ich gerade raus gefunden das ist wenn das schild sich wieder auflädt ähnlich wie in hallo hat man nämlich hier auch ein schild das die ersten schläge quasi so ein bisschen abwehrt komm dich kriegen wir hin dich kriegen wir hin auch wenn ich nachladen muss Nervensystem okay du gehst mir auf meine Nervensysteme los irgendwie vertraue ich der Landschaft hier nicht ne kommt aber nichts von hinten der Zeit dann schießen wir uns halt durch mich wundert so ein bisschen dass ich die Truppe nicht dabei habe weil ich bin doch eigentlich der Sarge oder oh oh na komm her komm oh oh noch mehr verschwinde der ist hinter da ist er ich hab dich schon gesehen Nervensystem so okay alles schön alles gut da vorne ist ein Dude was versuchen einen auch wirklich die ganze Zeit zu überraschen und fast hätte es geklappt das hat geklappt okay clever okay nachladen also die sind auch echt mies es scheint dass keiner von uns überlebt hat das hätte der bestimmt schon eingegriffen Aua was war denn das looks like she spilled her Cargo when she crashed your suit will identify the location of the power cell and mine layers ja wir haben es alles nehmen und gehen einverstanden wir müssen installieren wenn die navsysteme zurückgebracht werden okay also wir müssen jetzt wieder die Sachen aufstellen innerhalb der Zeit bis sie wieder ihren neuen Aua Leute Mensch ihr wollt's mir aber echt nicht leicht machen was aus dem Weg aus dem Weg nicht oh ja ups Mensch ich will doch nur vorbei ich komme aber dummerweise nicht dran vorbei hier so okay du kriegst was und du kriegst was und du darfst was haben du kriegst oder was so du bist mir zu nah du bist mir zu nah du bist mir auf jeden Fall zu nah da muss ich durch du kriegst auch was ab okay ihr auch oh und wie ihr was abkriegt komm alle weg der hat mich gehauen alle weg mit euch ah du bist mir viel zu nah nehmt das nehmt das Aua Aua wir kriegen das hin wir kriegen das hin wir kommen hier durch okay geschafft 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 da ist auch keiner okay der da ist mir echt zu nah wow noch mehr da vorne wartet bestimmt noch jemand auf mich ja ich hab da was gesehen da kreucht was ich geh so nah wie möglich hier lang oh da müssen wir hin okay dann müssen wir hier ach ne natürlich bin ich das ähm ähm wo da sehr schön oh da hat jemand ganz schön kopflos gehandelt okay buggy 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 auf nach oben darf ich das bitte schürzen nein darf ich nicht okay oh wir sehen da unten ne gradanzeige für die geschützer das da oben sieht doch schön aus das brauchen wir muss ich noch was return to the outpost and inside power cell ach so das hab ich vergessen ähm gut dass ihr mich daran erinnert bitte sehr hey okay okay just don't hau was war denn das haua blöden viecher komm erwisch die ach ne ach ne das klingt doch nett das machen wir natürlich wer wollte schon nicht immer mit auf riesen käfer mit einer gettlenkern schießen mit einem flak geschützt komm kriegen wir ah sehr schön oh da kommen aber einige los ich bleib mal gleich hier oben und nutz das geschütz weil viele und so wie man sieht und was da für Mengen kommen verdammt ich vergesse immer das hier vorne oh mein gott Leute seht euch das an das sind richtige Massen anviechern das kriegen wir alles hin das kriegen wir alles hin lasst sie nur nicht hoch es reicht die vorderen abzuknallen fällt nur nicht auf und vorne die Tür bewachen alles gut dann ah sie kommen hoch sie kommen hoch sie kommen hoch ok ach ne danke für diese Info kann leider aber auch keine Granaten werfen in dem Moment schaut euch das an wie viele Viecher danach kommen oh nein unbekannter Soldat da vorne ich versuche dich zu retten so ich glaube da vorne noch ein bisschen aber es ist schwer warum benutzen die nicht die Flagge Schütze das wäre um einiges nützlicher und schon habe ich wieder volle äh Temperatur da unten muss wieder abkühlen oh komm er lebt noch versuchen immer hoch zu kommen werden dann runter geschossen das ist gut oh jetzt hätten sie ein Fass gehabt und schau auf links hollt die dritte die nah nach die nach der nach schief nach nach Oh nein, wo soll ich denn hin? Okay, sie nutzen diese Dinger sogar. Okay. Oh, danke. Okay, wir müssen da schnell hin. Unsere Daten schicken. Okay. Okay, wir müssen hier vorne stehen bleiben, bis da unten die Daten voll ist. Der Zeit halten wir ja noch den Großteil der Ränge, da ist es ganz okay. Die Flieger sind blöd, aber ansonsten kriegen wir es hin. Komm nicht rüber. Okay, jetzt müssen wir die Flieger erwischen. Okay, innerhalb von zwei Minuten die Bomber, die Hopper kriegen wir hin. Du kriegst dies, du kriegst das, du kriegst auch einen aufs Maul. Und dich kriegen wir, dich kriegen wir. Da haben wir wieder einen erwischt. Da haben wir wieder einen erwischt. Dumme ist, wir müssen natürlich jetzt uns auf die konzentrieren. Und können damit unten die Leute nicht mehr nutzen. Wir sehen, die kommen langsam alle über die Mauer. Hier vorne ist echt eine Menge los. Versuch mal so ein bisschen mitzuhelfen, aber da ist der Hopper. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir hier drinnen errichten, noch. Da kommen die Flieger. Rettung! Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir jetzt schon mal einige erwischt. Ja, die begrüße ich doch gerne. Da kommt noch eins. Oh oh, was ist denn das? Oh ja, und wir dürfen jetzt wieder gucken, wo der Schwachpunkt ist, oder was? Ja, der Tanker. Okay, danke. Der Kopf. Oh nein! Was machst du da? Nicht absteigen. So. Was? Und Feuer? Kann er auch noch sprühen? Du kleiner, großer Tanker. Komm, den kriegen wir ja. Das Dumme ist, der hat das Tor gerade so kaputt gemacht. Wir werden einfach überrannt. Jetzt muss er abkühlen. Na? Jetzt müsste er noch so langsam mal runtergehen, oder? Ja, wir haben ihn. Okay, sehr schön. Nutzte ich die Zeit noch mal ganz schnell hier. Kommen immer mehr und immer mehr. Aber immerhin, jetzt liegt der Kerl da im Weg. Dann kommen die wenigstens nicht mehr rein. Okay, sie kommt runter. Wir müssen natürlich gucken, dass wir die... Soweit wir wirklich weghalten in der Zeit. Okay. Okay. Alle rein. Du nicht. Du auch nicht. Und du? Auf keinen Fall. So, geschafft. Gerade noch so, aber geschafft. Ach, das war ja nicht so wie geplant gelaufen, glaube ich. Aber immerhin, wir haben einen Tanker erwischt. Ihr habt mir definitiv eine Bier. Halt, ihr habt mir einen Maltliquor. Oh, da kommen noch gleich zwei von den Tankern. Die sind also auch kein Einzelfall. Ja, und nach dieser doch sehr riskanten Version, da haben wir es schon gesehen, da, ähm... ...haben wir uns auf jeden Fall noch eine kleine Pause verdient, bei der wir uns beim Piloten bedanken können. Und, äh... Ja, ich hoffe doch mal, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Wir werden wahrscheinlich noch größere, äh... Backherden bekämpfen. Horden? Horden? Ich weiß nicht, was sagt man bei Bugs? Vielleicht wisst ihr das ja. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.